Die Waldgeschichte ist das geilste, wirklich. Ja, na klar! Ah, komm, hör! Komm her! Wettbewerb! Wettbewerb an den Not. Aus aus dem Scheißspiel. Ruhe! Was ein Slapstick-Tor ist das denn bitte? Die Ecke segelt da rein, erstmal an den Pfosten. Und der Ball kann irgendwie nicht so richtig geklärt werden. Das ist sehr, sehr, sehr glücklich, dieser Treffer. Was aber jetzt aktuell wieder, kann man noch Ronaldo und Ginola und so ziehen? Oh, let's go! Oh, ist der wichtig! GG ist in den Chat, Boys! Er holt sich den Ball. Die Chance jetzt! Wichtig natürlich! Da sieht er unglücklich aus! Das ist sein eigenes Ohr! Und da denkf! Boah! Ja! Pack Nummer 2! For You! die glück hoffe ich war gleich schlimmer mbappé jawoll ich bin da ich bin da ich bin mir ich bin mir wie du das so gemacht Ich hab den gar nicht gefehlt Endlich! Endlich! Hä? Junge, Mann! Oh, was ein geiler Pass, du fette Sau! Feierlich mies! Und da ist er drin! Ohohohohohohoho! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wir haben ihn, Männer! Wir haben einen auf dem letzten Pick! Let's go! Jungs! Ich hab den Goat gezogen! Haaland! Ich warte auf dich auf der zweiten Seite, Junge! Genau da! Genau da! Hey, Junge! Ruhig! Ich geh auf der dritte, geb euch das Pack! Bis gleich! Ich geh auf der dritte, geb euch das Pack! Das weiß ich es doch noch! Er macht's nicht! Spire on fire! Spire on fire! Spire on! Auf der Kante kommt morgen wieder in die Packs Der Preis ist noch so frech für den Ja, das stimmt Ja, da ist er Jo, jo, jo Nein Oh, ja Der kommt aber immer brutal zurück, ne Das Ding hier Kannst ihr bitte auch auf Instagram folgen Ich folge euch allen zurück, Leute Schreibt mich an Ich bin so dumm Und jetzt weiß ich auch, warum ich nie FIFA spiele Jetzt wisst ihr auch, mein Gott, Digga Es ist einfach dumm Marcelo und Ribéry in einem Pack Wow Kante spielt den Ball wieder zurück Was für eine Distanz Und was für ein Tor Da nimmt er Makino Zita wehen Boah, was ein Ball Boah Feierabend Mit Hawk oder mit Engine Ich hab ihn auf Engine spätzieht Ich hab ihn tatsächlich auf spätzieht Ziehen wir jetzt einen 94 plus In diesem Pick Dann setz ich für dich Eine gebrauchte Unterhose auf den Kopf Für die nächsten 20 Minuten Für dich, get out of the lobby Bitte nicht, bitte nicht Boah, es stinkt aber Boah, es stinkt aber ehrlich Ja, und das war's Und das war's Und an der Stelle verabschiede ich mich An der Stelle verabschiede ich mich von FIFA 22 Wirklich Wirklich Ich hab ihn mit Ich hab ihn mit